Der Helmut ist dein Mann, der eine Tango-Tanzekern. Helmut hat ein großes Kanzel, für Damen aus den Märkten zu ziehen, aus Rackett. Helmut ist der Rett, Tanzkartner-Packett. Fühlt sich schlichtweg souverän, kann ein Bach jede Frau verstehen und sie kann es sie. Helmut schminkt und seine Hüften dreht, obwohl Babette ihn noch kaum kennt. Du weißt sie, über wen sie heute pennt, wenn du im Tango-Tanzekern. Dann tut ihr echt so weh, so dass ihr zartes Tränenchen. Er trockte auf seinem Brust, du weh, seitdem er wette, was, dass der Helmut Helmut heißt. Und nicht Dr. Edelkraut, dem sie ihr Geld anvertraut, hat sie ein Problem. Helmut ist jetzt nicht mehr hier, Helmut tanzt nicht mehr mit mir. Tanzt in einer anderen Stadt, hat mal wieder Glück gehabt und tanzt mit Claudia. Auch wie der Helmut schminkt und seine Hüften dreht, obwohl die Claudie ihn grad kennt. Dann tut ihr echt so weh, so dass ihr zartes Tränchen kommt auf seinem Brust, du weh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020